Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Update Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde, ich hoffe euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in diesen Freitagmorgen reingestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 17.300 US-Dollar. Wir halten momentan unseren kleinen Abtrend. Was jetzt für die nächsten Stunden oder ich sage jetzt mal im Laufe des Tages oder des Wochenendes noch interessant werden könnte, schauen wir uns auf jeden Fall jetzt an. Außerdem werfen wir einen Blick auf Ethereum, XRP und vielleicht noch den einen oder anderen Altcoin. Bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt, gerne unten Kommentare drinnen lassen, welche Altcoins ihr euch noch wünscht und dann schauen wir uns die nächsten Tage an. Gut, genug Eigenwerbung gemacht. Jetzt wie gesagt 17.300 US-Dollar traden wir momentan. Wir halten unseren kleinen Trend, den wir gestern im Livestream angesprochen haben. Gefällt mir einigermaßen gut. Trotzdem, um nochmal ein bisschen hier die Euphorie ein bisschen rauszunehmen, wir haben noch zwei Vector Candles auf dem 1-Stunden-Chart und die sollten wir früher oder später einfach nochmal füllen. Das ist extrem, extrem wichtig, dass wir uns diese noch holen, einfach um nicht wieder dieses Risiko zu haben. Wir gehen jetzt hier beispielsweise in den Bereich der 18.800 US-Dollar und dann haben wir immer noch diese Vektoren da unten. Das will, glaube ich, keiner von uns und deswegen hoffe ich, dass wir uns die einfach noch jetzt im Laufe des Vormittags oder im Laufe des Morgens auf jeden Fall noch holen. Wäre einfach das Wunschszenario. Aber wie kam es jetzt im Endeffekt überhaupt zu diesem Pump? Wir sind ja gestern live gegangen im Endeffekt. Einerseits, die Verbraucherpreise haben wir hier, sind deutlich zurückgegangen. Die Prognose lag bei 8% und wir sind auf 7,7% runtergegangen. Sehr, sehr gutes Zeichen für die Märkte. Wir haben es gesehen, Dow Jones, S&P 500. Die XY ist eingebrochen, also sehr, sehr gutes Zeichen. Und eine ganz, ganz kleine Unterstützung war dann auch noch, okay, die Erstanträge auf die Arbeitslosenhilfe sind von 220, war die Prognose auf 225.000 gestiegen. Was man dazu auch sagen muss, die Zahlen von Facebook mit den 11.000 Entlassungen sind da noch gar nicht mehr drin. Das heißt, nächsten Monat ist es möglich, dass die Zahlen nochmal deutlich, deutlich ansteigen. Klingt für uns positiv, für den Arbeitsmarkt an sich. Es klingt wirklich makaber, immer wenn ich so sage. Für uns ist es wirklich positiv, wenn mehr Arbeitslose im Endeffekt da sind. Gut, ja. Wichtig ist jetzt, wie gesagt, erstmal, dass wir uns hier die 16.000 bis 16.200 US-Dollar nochmal holen. Das wäre jetzt auch so langsam dieser Bereich, wo ich mir langsam wieder überlegen könnte, in den Trade einzugehen. Wir haben hier auch das Golden Pocket von unserer Aufwärtsbewegung jetzt von gestern. Liegt hier bei 16.400 US-Dollar. Klar, dieser WIG bis zum 0786 muss man auf jeden Fall einplanen. Also das heißt, ein Stop-Loss so in die Region um 16.000 US-Dollar muss auf jeden Fall gegeben sein. Vielleicht werde ich da gegebenenfalls nochmal ein Setup reinposten im Laufe des heutigen Tages. Aber Ziel ist ganz klar diese 18.800 US-Dollar hier oben, dieses Golden Pocket erst einmal. Das ist extrem, extrem wichtig. Kommen wir hier drüber, füllen die Ineffizienz und geht es dann sofort wieder runter. Ist es nicht bullish zu werten, dann kann es sein, dass wir uns doch nochmal diesen doppelten Boden holen und nochmal hier runterfallen. Schaffen wir hier wirklich ein Weekly Close darüber. Und da haben wir gestern schon einen Livestream drüber gesprochen, werde ich auch morgen für den Wochenausblick nochmal gesondert anzeigen, was jetzt im Endeffekt wichtig ist für die Woche. Dann sieht die ganze Sache schon ein bisschen bullischer aus. Aber ich sage jetzt mal, für den heutigen Tag ist das Ziel, erst einmal die 16.000 bis 16.400 Vektor schließen. Dann mal gucken, ob wir unsere Gegenbewegung hier in das Golden Pocket reingehen. Und dann wird es interessant, wie hoch ist der RSI, wie ist das Volumen, kriegen wir während wir den Abtrend bilden, schwächeres Volumen. Dann ist es natürlich bearish zu werten, kriegen wir mehr Volumen, ist es erst einmal bullish. Aber ansonsten wenig Bewegung. Erst einmal vermute ich jetzt heute mal die ganzen News sind jetzt erstmal eingepreist. Wir haben glaube ich die schlimmste Woche überhaupt jetzt erstmal hinter uns, was die News angeht. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie wir im Endeffekt oder wie die Aktienmärkte auch noch diese Woche im Endeffekt abschließen. Gut, Blick auf Ethereum, im Endeffekt gleiches Bild. Nachdem wir hier, nicht wundern, das war einfach nur gestern so ein bisschen dargestellt. Was ich damit zeigen wollte, war einfach, ihr seht immer diese krassen Wigs. Und dann hat sich im Endeffekt das Volumen immer, immer mehr halbiert. Das heißt, das Volumen, was wir da unten auch bei Ethereum bei den 1060 Dollar gebildet haben, ist nicht viel. Und darauf kommt es im Endeffekt an, weil da liegt die Liquidität. Und wenn da unten jetzt wieder eine Menge, Menge Liquidität gelegen wäre, hätten wir wieder das Problem gehabt, Scheiße, wir müssen da doch nochmal runter. Genauso wie wir es damals bei Bitcoin bei den 17.500 hatten. Aber auch hier sehr, sehr gute Reaktionen, sehr, sehr wenig Volumen der bodengebildet kleiden. Hatten wir auch hier nochmal diesen Peak. Können wir auch nochmal ganz kurz mit den Vector Candles übereinstimmen. Das sieht man auch, okay, 1170, auch hier liegt das Low ADR. Also es würde schon sehr, sehr gut passen, wenn wir auch hier nochmal zumindest so eine kleine Korrektur in diesen Bereich hier runter kriegen. Dann hier ein bisschen konsolidieren und dann versuchen, in das Golden Pocket hier oben reinzugehen. Machen wir ganz kurz den Indikator aus. Und dann wäre das Golden Pocket bei ungefähr 1400 US-Dollar. Dann hätten wir im Endeffekt auch hier oben nochmal diese kleine Ineffizienz wiederum rausgenommen. Also wäre auch ein sehr, sehr gutes Zeichen. Müssen wir auf jeden Fall mal im Auge behalten. Und dann machen wir noch den gleichen Test wie bei Bitcoin, wie wir das gemacht haben. Im Endeffekt das gleiche. Auch hier würde es perfekt passen, das Golden Pocket bei 1160 bis 1180. Jetzt mal grob. Genau da, wo im Endeffekt die Vector Candles sind. Und das möchte ich sehen. Retest von diesem Golden Pocket. Als Support bestätigen. Vector Candles gefüllt. Und dann schön im Endeffekt einen kleinen Abtrend bilden, den wir dann mindestens in das Golden Pocket nach oben hin sehen. Wäre vielleicht auch nochmal so eine kleine Nachkaufzone, weil viele gesagt haben, ich wollte nochmal auf tiefere Kurse. Vielleicht hier nochmal. Ansonsten gelten die Nachkaufzonen, wie wir sie besprochen haben. Gut, dann XRP. Trend gebrochen. Ist nicht verwunderlich. Wir hatten hier nicht sonderlich viel Volumen. Aber wir befinden uns hier in einer sehr, sehr kritischen Zone. Habe ich gestern schon im Livestream angesprochen. Wir sind hier genau in dieser Zone, wo wir ewig, monatelang im Endeffekt konsolidiert sind. Und die müssen wir halt jetzt eben als Widerstand wiederum durchbrechen. Das heißt, ein Daily Close mal über diese Zone von ungefähr 0, ich sage jetzt mal 0,40 einfach. Das ist die Distanz, die wir durchbrechen müssen. Daily Close drüber, ein bisschen konsolidieren und dann möglicherweise erst einmal ins Golden Pocket. Aber das ist momentan eine kritische Zone, wo wir uns bei XRP befinden. Abtrend gebrochen. Auch hier vielleicht mal ganz kurz auf dem 1-Stunden-Chart der Blick für die Vektoren. Obwohl ich aber auch ganz dazu sagen muss, ich glaube bei Altcoins sieht das jetzt nicht so unbedingt. Aber da wäre der Bereich um 0,36,60 sehr interessant. Plus, wir schauen mal ganz kurz vom Golden Pocket, also von der Aufwärtsbewegung. Wäre sogar die 0,34 drin. Aber das müssen wir wie gesagt schauen, weil ich glaube jetzt nicht, dass der Kurs nochmal so stark einbricht. Sollte jetzt Bitcoin nur in Richtung 16.400 US-Dollar gehen. Aber ansonsten, das ist die Marke, die es zu brechen gilt. Und danach das Golden Pocket bei 0,44 würde auch mit der Ineffizienz hier oben passen. Und dieser 4-Stunden-Supply, die wir hier oben auch noch haben. Also, ich sage jetzt mal so, übers Wochenende wäre das Ziel auf jeden Fall das Golden Pocket zu erreichen. Bei allen momentan, wie wir es so im Blick haben. Und da möchte ich dann im Endeffekt eine Reaktion sehen. Entweder eine starke Gegenreaktion mit einem kleinen Vorteil, sage ich mal, momentan zumindest noch Short. Und da dann eventuell auch eine Position aufbauen. Also das können wir uns auf jeden Fall überlegen. Dann schauen wir uns mal noch ganz kurz den DXY an, der jetzt deutlich, deutlich nach unten gegangen ist. Aber auch interessantes Level getroffen hat. Und zwar, nee, da muss ich auf den Daily Chart gehen. Das zeige ich euch mal. Und zwar haben wir hier drüber gesprochen, im Endeffekt diese grüne Box, wo auch im Endeffekt dieses Void noch drin war. Also diese Ineffizienz hier in diesem Markt. Wurde jetzt durch die schwachen CPI-Daten für den DXY, für uns waren sie starke Zahlen, für den DXY natürlich beschissene Zahlen. Wurde hier im Endeffekt das Level getroffen. Sehr, sehr gut. Auf jeden Fall, jetzt müssen wir hier nur darauf hoffen, dass hier keine Gegenreaktion kommt. Weil sobald hier eine Gegenreaktion kommt, könnte es für die Märkte wiederum bearish sein. Nicht nur für Krypto, auch für die normalen Indizes. Aber das Void war jetzt erstmal das Wichtigste. Es wird sich jetzt zeigen, ob diese Unterstützung hier im Endeffekt ausreichend ist. Oder ob wir doch nochmal eine Etappe tiefer gehen. Und das wäre dann ungefähr, würde ich jetzt mal sagen, hier dieser nächste Bereich bei ungefähr 106. Wäre wünschenswert, wenn wir einfach darunter gehen. Das würde noch ein bisschen Auftrieb für uns geben. Aber ansonsten müssen wir jetzt diesen Bereich im heutigen Freitag erstmal im Blick behalten, dass wir hier keine krasse Gegenbewegung nach oben hin sehen. Aber dafür können wir uns aber auch ganz kurz den Dow Jones angucken. Hat im Endeffekt, haben wir auch gestern glaube ich darüber gesprochen, komplette Ineffizienzen hier erstmal rausgenommen. Also auch sehr, sehr starke Reaktionen. Und was wir glaube ich auch noch im Livestream angesprochen haben, war die Sache, dass wir hier auch so ein kleines Inverse Head & Shoulders, also Konsolidierung haben, jetzt ausgebrochen sind. Und jetzt wieder in unserem starken Widerstand. Wir sind bei dem Dow Jones mittlerweile hier wieder in unserem Golden Pocket angekommen. Jetzt wird es sich natürlich zeigen, kriegen wir hier ein höheres Hoch auf Daily Sicht, wäre das extrem, extrem Bullish. Sollten wir hier heute ein Daily Close über der Marke von ungefähr 34.000 knapp 300 US-Dollar sehen, wäre es Bullish zu werten. Kriegen wir nur ein Wig darüber und traden dann, sage ich mal, hier drunter noch oder kriegen einen Schlusskurs darunter, wäre das meines Erachtens nicht so Bullish. Klar, wir haben jetzt hier erstmal aus dem Falling Broadening Ratch, sieht man hier ganz gut, ein Test, zwei Test, drei Test. Und der vierte Test war dann das Breakout, ist erstmal ein gutes Zeichen. Gilt für die Indizes, gilt auch einerseits auch für Krypto, weil immer noch die Korrelation zum Teil gegeben ist. Aber das müssen wir auf jeden Fall im Blick behalten. Ist das alles nur ein Fakeout vom Volumen her, würde ich immer sagen, okay, es geht auf jeden Fall noch, wir haben einen starken Abtrend, aber es ist wichtig, auch ein höheres Hoch zu bilden und im Endeffekt auch das Falling Broadening Ratch dann nochmal zu bestätigen. Aber das behalten wir im Auge, die XY im Auge behalten am heutigen Freitag. Das sind so die Sachen, ich denke, heute wird es ein bisschen ruhiger als die letzten Tage. Kann sich auch nur für uns im Endeffekt freuen. Dann schauen wir uns doch ganz kurz die News an. Schauen wir mal, was es aktuell gibt. FIFA WM wird voraussichtlich die Verbreitung von Kryptowährungen massiv fördern. Kann ich mir auch gut vorstellen. Algorand Partner, Krypto.com, glaube ich auch irgendwie, keine Ahnung. Und XRP News, Ripple kann ich gegen die SEC gewinnen. Guter Titel, lest es euch gerne mal durch für alle XRP-Begeisterten, einschließlich mir. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns dann morgen früh zu einem ganz normalen Update-Video wieder. Lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wir hören uns dann morgen mehrmals wieder. Morgen gibt es insgesamt, glaube ich, drei Videos, wenn ich mich nicht täusche. Aber gut, könnt ihr euch darauf freuen. Ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende. Lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal und einen Kommentar da lassen. Wir hören uns bis dahin. Ciao, ciao und stay crypto.